Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Backs Royale hier auf meinem Channel. Ja Leute, wir zocken heute Zone Wars auf der Map Kolosseum. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf welcher Map ich sonst nochmal spielen soll, beziehungsweise wenn euch Zone Wars gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ja, schreibt in die Kommentare, auf welcher Map ich sonst auch mal spielen soll. Auf jeden Fall zocken wir heute auf der Map Zone Wars. Ich muss sagen, das ist eine sehr actionreiche Map direkt am Anfang, weil die alle Leute hier so direkt nebeneinander sind. Finde ich schon irgendwie cool, manchmal ein bisschen nervig. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und ich bin mal gespannt, welcher Platz wir werden in dem Best of Five. Also wir spielen heute auf jeden Fall die Top 5, beziehungsweise die 5 Runden zu Ende. Und dann gucken wir mal, welcher Platz wir werden. Okay, schade. Den hätte ich gerne weggesniped direkt am Anfang. Wir haben auf jeden Fall richtig nice einen Loot am Start, muss ich sagen. Ah, wir müssen den eigentlich schon pushen hier. Okay, dann pushen wir ihn lieber doch nicht. Den chillen wir lieber kurz nochmal. Er hat eine Heavy Snipe. Habe ich auf jeden Fall gesehen. Komm, 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 komm. Ja, ich glaube... Oh. Was ist bei ihm los? Ah, ich hatte dieses Shotgun. Bitte hab eine bessere Shotgun. Ja. Nice. Eine Pump. Besser als gar nichts. Hi Bro. Was geht? Alles gut bei dir? Ich geh mal hier über dich, okay? Oh, 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 oh. Noll, als ob ich den Kill bekomme. Alter, die pushen mir schon wieder zu aggressiv hier den Highground alle. Highground ist natürlich stark. Muss man schon sagen. Aber so stark geht es auch wieder nicht, dass wir unbedingt den Highground holen müssen, Leute. Wir zaukeln hier ganz entspannt auf den Wind. Und klatschen den einen oder anderen weg. Vielleicht seht ihr ja irgendwelche Fehler bei mir, die ich mache. Und könnt mir ein paar Tipps geben. Beziehungsweise, wenn ihr Bock habt, kann ich eigentlich auch mal so ein kleines Tipps und Tricks Video machen. Wie ich halt Zone Wars spiele. Ich bin jetzt nicht der krasseste, aber ich denke, den einen oder anderen Wind werden wir uns hier auf jeden Fall schon noch holen. Ah, schade. Sehr schade. Nice one. Den Kill haben wir. Okay, kurz reloaden. Wir gehen mal hier hoch. Einer ist, glaube ich, noch im Ultimate Highground oder zwei sogar im Highground. Nice one. Haben wir auch. So muss das. Na, was ist hier los, Jungs, he? Alles gut bei euch? Kann ich mitspielen? Er gönnt sich halt den Highground des Todes da oben, ne? Okay, jetzt geht's wieder zurück, Freunde. Kolosseum ist ein bisschen berechenbar von der Zone her. Es ist auf jeder Map so, weil ich hab jetzt noch nicht jede Map so aktiv gespielt, sag ich mal. Aber Kolosseum ist schon echt ein bisschen sehr berechenbar. Was die Rotation angeht. Oh, er chillt da unten. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Meine MP war nicht reloaded. Damn, ich hätte den sofort gehabt. Schade. Egal. Egal, ich lass die oben fighten. Ich bin mal überlegen, ob ich Highground-Push machen soll. Aber er ist schon sehr weit oben, ne? Ah, er kommt runter. Ah, als ob ich dort bin. Wo muss ich hin, Leute? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Bitte, der hilft mir. Ah, shit. Ah, shit, Leute. Ich hab richtig gefehlt. Oh! Ich hab ihn... Ich hab ihn mit der Trap geholt. Lol. Sieben Kills. Alter, ich hab die Runde ja mal mehr als dominiert. Ich hab gedacht, ich spiel grad voll schlecht. Aber ich hab die ja mal komplett dominiert, diese Runde. Was ist da denn? Freunde, okay. Round number two. Ich bin gespannt. Was haben wir für Waffen? Ah, meine Skars rausgeflogen. Raketenwerfer. Nichts so schmackhaft. Und die Shotgun auch ziemlicher Müll. Ich geh mal hier hinten raus, Leute. Geheimtaktik von mir. Falls ihr noch nicht wusstet. Man kann nämlich auch an der Seite raus. Und dann kann man die Leute ein bisschen lasern. Oder man stirbt am ersten Gegner. Nein, nein. Er hängt in meinem... Mann, ey. Leute, na gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. So, zweite Runde ist vorbei. Ich bin immer noch auf dem zweiten Platz. Ist nicht schlecht. Wasserwelle 2019 hat gewonnen gerade eben. Und mal gucken, was wir jetzt für Waffen bekommen. Bitte, gib mir gute Waffen. Bitte, bitte, bitte. So, wir bauen uns auf jeden Fall wieder hier an der Seite raus. Oh, schmackhafte Waffen. Oh, den haben wir übel Damage gemacht. Den müssen wir eigentlich holen. Nice one. Haben wir. Ja, war mir klar. Oh, oh. Okay, wir hauen ab. Oh, da können wir rein. Da können wir rein. Nice, 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 nice. Danke. Hm, ja, komm. Ich gönne mir mein Slurp direkt. Und dann schauen wir mal, wo die anderen herkommen. Ich würde gerne nach hinten ein bisschen lasern. So in die Richtung hier. Da wird doch nur jemand sein. Hallo. Ich werde euch zerstören. Ich weiß es ganz genau. Oh. Schade. Schade, schade, schade. Den hätten wir bekommen können. Ich glaube, den holen wir uns noch. Nice. Haben wir? Jetzt wird schon wieder ein bisschen ruhiger hier, ne? Oh. Nice one. Das war close. Läuft, läuft, läuft. Ja, komm. Ich hau einfach den Schlinker da rein. Okay. Oh, nee. Oh, das gibt es nicht. Okay, ich muss abhauen. Okay. Okay. Nice one. Okay. Wichtiger Kill, Leute. Das war kein schlechter Spieler auf jeden Fall. War das Wasserquelle? Ja. Das war der, der die zweite Runde gewonnen hat gerade. Läuft bei mir, würde ich sagen, ne? Jetzt haben wir nur keine Schilder mehr. Und da unten chillen die anderen. Ich weiß nicht, wie viele das noch sind. Ist das nur der eine? Oh, GG. Schade. Egal. War eine schöne Runde, Mann. Wir sind wieder zweiter Platz geworden. Erste Runde, zweite natürlich leider doof gestorben. Aber wir sind immer noch zweiter Platz. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Ich glaube, ich will jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr zocken, weil es bockt schon übel. Und es ist halt auch übertrieben gutes Training, ne? Toll viele launchen. Jedes Mal. In die Richtung direkt. Ach, komm. Komm, komm, komm. Ja, ich lächse da durch. Kein Problem, Digi. Kein Problem. Ja, komm. Ich lächse ihn jetzt in der Luft. Eins, zwei. Schildbreak. Ich glaube, einer pusht mich. Alter, ich komme nicht an ihn ran. Willst du mich verarschen? Komm ran, Junge. Nein. Oh Gott, bin ich dumm. Ach, komm. Alter, was geht hier ab? Alter, wie viele sind hier oben? Einer muss das nur runterschießen und wir sind alle RIP. Man kriegt so viele Kills, wenn man das hier runterschießt. Ich muss mal gucken, wie sehr disconnected ist. Ich glaube, nicht so viel. Lass mich in Ruhe. Schieß nicht auf mich. Ich hole mir jetzt vier Kills. Freunde, ich hole mir so viele Kills jetzt. Wo ist das connected? Oh, oh, oh. Ein Kill. Zwei Kills. Na, ist direkt bei mir gestorben. Alter, alle mit vollen Kills. Alter, alle mit vollen Kills zerstört. Let's go. So muss es sein, Freunde. So und nicht anders. Nice one. Nice one. Alter, wieder dominiert hier mit dem schönen Voll-Damage-Kill des Jahrhunderts. Ey. Richtig, richtig, richtig nice. So, Runde Nummer fünf, Leute. Die finale Runde. Jetzt der Final-Countdown, würde ich sagen. Mh, ultra viele Slurps. Das ist nicht schlecht. Aber ansonsten nicht so viele gute Sachen. Ah, schade. Ja, und die gönnen sich schon wieder hier komplett den High-Ground. Was bei denen los ist, weiß ich aber auch nicht, ey. Mal schauen, ob wir einen mit Voll-Damage-Kill bekommen, Leute. So. Bekommen wir einen Voll-Damage-Kill? Oder nicht? Ah, doch. Schon wieder. Man kennt ihn. Bekommen wir noch einen Voll-Damage-Kill? Ich glaube schon. Oh, da, den können wir auch holen. Oh, mein Gott. Der hat kein Schild mehr. Der hat kein Schild mehr. Mann, mein Blumen ist aber auch nicht... Oh, doch. Ah. Wieder die Wasserquelle, Leute. Wieder die Wasserquelle. Okay, es ist die finale Runde. GG, Mann, er hat mein Leben schon wieder so hart reingepusht. Der ist der einzige Schwitzer hier, glaube ich. Aber, Leute, ich sage jetzt schon mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir schauen uns natürlich die Bewertung noch an. Also, das Ende schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Welcher Platz wir dann am Ende geworden sind. Ich glaube, wir waren nicht schlecht im Allgemeinen. Im kleinen Turnier, das ich hier für mich selbst gespielt habe. Aber ja, die Wasserquelle hat mich gepusht aus dem Nichts. Das war ein bisschen zu schnell. Aber, naja. Passiert, Leute. Passiert. Das ist Zone Wars. Da kann man nicht fünf Runden hintereinander gewinnen. Oh, das Finale, das Finale, Freunde. Oh, und da hat er kassiert die Wasserquelle. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt, welcher Platz... Ich habe gewonnen. Yes. Let's go. Erster Platz, Alter. Mit zwei Winds in dieser Runde. Richtig, richtig nice, Leute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, smash den Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.